So, da sind wir wieder. Guten Tag. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Theater und mit Schauspiel im Speziellen. Und beim Schauspiel, ich war ja schon mal öfters dabei, wenn zum Beispiel Gruppenfragen an Schauspieler gestellt haben, die am häufigsten gestellte Frage an Schauspieler ist, wie schafft ihr es, euch so viel Text zu merken? Und da wollte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Wie lernt man eigentlich Text? Das ist für euch, für alle, die sich irgendwie für Schauspiel interessieren, ja eine total wichtige Sache. Und tatsächlich gibt es darauf nicht so eine richtig eindeutige Antwort, weil es da einfach ganz unterschiedliche Methoden gibt. Genauso wie es für die Schule zum Lernen ganz unterschiedliche Methoden gibt. Weil eigentlich ist das nicht so voneinander unterschieden. Okay, wo fangen wir an? Am besten fangen wir einmal beim Anfang an. Ich bekomme einen Text. Und man sagt mir, lern den. Was ist das erste, was ich mache? Das erste, was ich mache, ist, ich frage, welche Rolle spiele ich denn? So, und dann sagt man mir zum Beispiel P1. So, in diesem Beispiel wäre das dann dieser gute Knabe, Frau, was auch immer. Diese Rolle in jedem Fall. Und jetzt muss ich den Text erstmal bearbeiten. Und das klingt ganz selbstverständlich, aber viele vergessen das, dass das total viel bringt. Ich muss den Text bearbeiten. Das heißt in dem Fall, ich muss meine Rolle markieren. Ob ich das jetzt mit einem Textmarker oder wie ich jetzt gerade hier mit einem Kugelschreiber mache, ist völlig egal. Aber es hilft unheimlich, wenn ich mir eine kleine Markierung daran setze, dass ich weiß, das ist der Text, der für mich interessant ist. Das ist der für mich wesentliche Text. Einfach deshalb, weil ich dadurch zum einen über das Auge nochmal eine Bestätigung bekomme, wo ich später, wenn ich den Text ein bisschen auswendig gelernt habe, auch mir ein bisschen herleiten kann. Ah, ich glaube, da stand an der Stelle, da hatte jemand anders vorher einen ganz langen Text. Da hatte jemand einen ganz langen Text und danach kommt das textlich. Das heißt, das ist ein bisschen Orientierung für euch. Ihr findet so auch schneller eure Textteile, wenn ihr die tatsächlich sucht. Weil wenn ihr den Text lernt, dann geht ihr den ja in aller Regel erstmal auf dem Papier durch und später versucht ihr aber möglichst ohne das Papier auszukommen. Und wenn ihr aber dann an einen Punkt kommt, wo ihr den Text einfach nicht mehr wisst, dann sucht ihr euch dumm und doselig, wenn hier nichts markiert ist. Markiert euch eure Sachen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Unterschätzt das nicht. Dann ist natürlich auch noch extrem wichtig, ihr lernt bitte nicht nur euren Text, also nicht nur das, was hier markiert ist. Das reicht leider nicht, weil ihr müsst zusätzlich auch noch wissen, wann ihr dran seid. Und das könnt ihr nur dann wissen, wenn ihr so ungefähr wisst, was davor passiert, was davor gesagt wird. Also ihr müsst um Gottes Willen bitte nicht komplett wissen, wie exakt der Wortlaut ist, der hier dann jetzt vorher erfolgt. Aber ihr müsst so ungefähr wissen, was zumindest sinngemäß gesagt wird. Damit ihr zum Beispiel auf diese Frage, was hast du denn geträumt, reagieren könnt. Damit dann euer Text kommt. Wenn da jemand dann sagt, was hast du geträumt, ist das jetzt nicht so schlimm, wenn er hier das denn vergisst. Das ist völlig in Ordnung. Ihr müsst in dem Fall in der Lage sein, da dann automatisch trotzdem zu wissen, dass als nächstes käme, dass ich groß wäre, habe ich geträumt. Das ist wichtig. Ihr müsst generell begreifen, dass ihr ein bisschen aufeinander angewiesen seid auf der Bühne. Es gibt da keine Einzelpersonen. Also natürlich gibt es Einzelpersonen, aber ihr arbeitet als Team, ihr seid alle Kollegen auf der Bühne. Wenn einer seinen Text nicht kann, dann ist das hinderlich für alle. Wenn einer nicht weiß, was er tun soll, ist das hinderlich für alle. Und wenn einer sich nicht an die Verabredungen einhält, die zum Beispiel der Regisseur getroffen hat oder sowas, dann betrifft das alle. Deshalb ist es umso wichtiger, seinen Text gut vorzubereiten und gut zu lernen. Und eben auch, dass man sich ein bisschen gegenseitig hilft. Also wenn hier jemand ein einzelnes Wort vergisst oder den Satz ein bisschen umstellt, dann seid so fair und versucht trotzdem zu folgen und euren Text zu bringen. Wenn ihr glaubt, okay, ja, das war jetzt sinngemäß das, was hier hätte kommen müssen, dann haue ich jetzt mit meinem Text rein. Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt, nämlich dem Auswendiglernen an sich. Und das ist, ich weiß das nur zu gut, eine echt lästige Angelegenheit. Auswendiglernen macht so ziemlich überhaupt keinen Spaß und ist das Blödeste, was man sich nur vorstellen kann, wenn man im Theaterbereich ist. Aber es ist nun mal leider einfach notwendig. Ohne den Text kommen wir da nicht weiter. Also wie machen wir uns das Ganze am einfachsten, am angenehmsten? Naja, wir versuchen das Ganze möglichst kurz zu halten, würde ich erstmal vorschlagen. Das heißt, wir versuchen so effektiv wie möglich zu lernen. So gut wie möglich. Und um das zu erreichen, also wir versuchen so schnell wie möglich, so sicher wie möglich im Text zu werden. Damit wir nicht viel Zeit damit verplempern müssen. Damit wir nicht den ganzen sonnigen Tag da sitzen müssen und langweiligen Text lernen müssen. So, wie erreichen wir das Ganze? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es ganz unterschiedliche Lerntypen und sowas. Da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein. Aber erstmal das Allgemeine. Allgemein kann man sagen, zwei Dinge helfen in jedem Fall beim Auswendiglernen. Erstens, wiederholen. Wiederholen ist eh der Kern vom Auswendiglernen. Das heißt, je öfter ich eine Textseile wiederholt habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in mein Gehirn eingebrannt hat. Dass ich die im Schlaf wieder aufsagen kann. Das ist, was wir haben wollen. Wiederholen. Ganz wichtig. Zweitens, Bewegung. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, weil man immer sagt, so in der Schule, sitz still und lern. Aber eigentlich hilft Bewegung beim Lernen. Also speziell bei Texten zum Beispiel. Wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte den Text jetzt mal lieber ein bisschen im Stehen machen, was sowieso eine gute Idee ist. Dann stellt euch hin. Geht ein bisschen auf und ab. Macht vielleicht auch mal eine Armbewegung dabei. Bewegt euch ein bisschen. Das hilft. Ja, ich versuche es jetzt mal möglichst einfach zu erklären. Aber das hilft euch quasi, dass dieser Text nicht nur kurzfristig in eurem Gehirn gelernt wird. Sondern auch so ein bisschen in euer Muskelgedächtnis reinkommt. Das heißt, Bewegung und den Text zu verknüpfen. Das kann so weit gehen, dass ihr euch vorher schon mal gewisse Bewegungen für Textstellen ausdenkt. Und wenn ihr dann diese Bewegung macht, hilft euch das, euch an den Text zu erinnern. Das ist zum Beispiel eine ziemlich gute Möglichkeit. Also, wir merken uns Wiederholung und Bewegung. Das sind die beiden Säulen, auf denen wir unseren Text lernen wollen. So, dann gibt es ganz unterschiedliche Lerntypen, habe ich gerade gesagt. Was sind Lerntypen? Lerntypen sind, ja, im Wesentlichen Gruppen von Menschen, die auf bestimmte Arten besser oder schlechter lernen. Da gibt es zum Beispiel den akustischen Lerntypen. So, akustisch, das kommt quasi vom Hören. Wir gehen da in den Hörbereich. Das sind Menschen, die lernen ganz gut übers Hören. So, wie können Leute, die gut übers Hören lernen, zum Beispiel Text lernen? Also, eine super Variante ist, ich nehme mir diesen Text und lese den komplett vor und nehme mich dabei auf, auf dem Handy zum Beispiel oder auf sonst irgendeinem Gerät. Hauptsache, ich nehme mich auf. Und dann, wenn ich das nächste Mal im Bus sitze, wenn ich das nächste Mal vom Mama zum Sport gefahren werde oder so, dann schneide ich mir die Ohrhörer an und höre mir das an. Und wenn ich jetzt besonders clever bin und besonders schnell damit vorwärts kommen möchte, dann mache ich zwei Versionen davon. Einmal mit allen Rollen und einmal nur mit dem anderen Text. Mit den Pausen für meinen Text, damit ich den selber ergänzen kann. Ja, also dann wäre zum Beispiel auf dem Kopfhörer zu hören, was hast du denn geträumt? Und dann kommt eine Pause, wo ich selber sagen kann, dass ich groß wäre, habe ich geträumt. Größer als jeder Mensch, als jeder Baum, ja selbst als jeder Berg. Das ist eine ziemlich gute Möglichkeit für einen akustischen Lerntypen, solche Texte zu lernen. Was haben wir noch? Wir haben den visuellen Typen zum Beispiel. Den visuellen Typ hat es bei Text relativ leicht, weil der muss eigentlich nur wirklich, wirklich gut seinen Text markieren und dann immer wieder lesen. Und vielleicht hilft ihm das zum Beispiel auch noch, wenn er an bestimmten Stellen zum Beispiel ein Blümchen dran malt. Zack. Ja, ich bin kein guter Maler. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber dann kann zum Beispiel ein Symbol helfen. Dann kriegt jeder jedes Text, schnippt sich hin zum Beispiel, ein Symbol. Und man erinnert sich dann nur noch an die Symbole und kann über die Symbole den Text herleiten. Das klingt für Leute, die kein visueller Typ sind, meistens erstmal komisch, kann aber tatsächlich helfen. Dann gibt es noch für Leute, die zum Beispiel mehrsprachig aufgewachsen sind, die also mehr als nur Deutsch sprechen, gibt es eine völlig abgefahrene Methode und die sagt, es ist viel, viel leichter, sich einen Text zu lernen, wenn ich ihn vom Konzept begriffen habe. Das heißt, ich lerne nicht Wort für Wort, sondern ich lerne inhaltlich, was will mir dieser Text hier sagen. Und da haben es mehrsprachig aufgewachsene Menschen etwas leichter, weil die ihren Text in mehrere Sprachen übersetzen können. Vor und zurück und vor und zurück. Und dadurch kann man eben gar nicht mehr so wirklich das als das lernen, sondern wenn ich das zum Beispiel ins Englische übersetze, könnte ich hier that, wäre das sinngemäß. Also ich lerne quasi die Bedeutung des Textes und nicht den Text selbst. Das ist sowieso meistens nicht so wichtig, dass ihr Wort für Wort diesen Text in euch reinprügelt. Wichtiger ist meistens, dass ihr den Text verstanden habt und dass ihr ihn in der richtigen Reihenfolge und in den richtigen Häppchen, sage ich mal, wiedergeben könnt. Also dass ihr die Informationen, die jetzt gerade wichtig sind, geben könnt, ohne dabei zu viel schon vorneweg zu verraten. Es ist mir also völlig egal zum Beispiel, ob ihr hier unten bei dieser Aufzählung jetzt sagt, größer als jeder Mensch, als jeder Baum, ihr selbst ist jeder Berg. Oder ob dabei herauskommt, größer als jeder Berg, jeder Baum und jeder Mensch. Ja, da haben wir jetzt einige Sachen umgestellt, einige Wörter sind komplett weggefallen, aber eigentlich ist alles drin. Und das reicht dann wiederum in dem Fall hier P2, um mit seinem Text weiterzumachen. Jetzt gibt es davon Ausnahmen. Ausnahmen sind zum Beispiel einige Wortspiele. Ja, bei Wortspielen, es steckt schon im Namen drin, da kommt es auf das einzelne Wort an. Und das einzelne Wort wird gebraucht, um dem Nächsten die Möglichkeit zu geben, da drauf aufzubauen. Bei solchen Sachen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass ihr Wort für Wort den Text lernt. Ansonsten, sagen wir mal so, es ist schon gut, wenn ihr möglichst exakt könnt, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wenn hier und da mal ein Wort verdreht ist. Solange der Sinn erhalten bleibt, ist das völlig in Ordnung. Dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja zum Beispiel, Kauremi, Kaurem oder Musik hören beim Text lernen kann helfen. Da gibt es Leute, denen hilft das. Aber da rate ich euch, probiert das aus. Die meisten lenkt es eher ab. Aber solltet ihr zu den Leuten gehören, denen das hilft, dann macht das. Wie gesagt, wir wollen möglichst wenig Zeit mit Text lernen verschwenden. Wir wollen möglichst wenig dieses langweilige Zeuge machen, sondern wir wollen auf die Bühne, wir wollen spielen. Und damit das geht, ist das Text lernen quasi das notwendige Übel. Deshalb müsst ihr da so ein bisschen für euch rumprobieren. Aber das Tolle ist, wenn ihr einmal herausgefunden habt, wie ihr am besten einen Text lernt, was für euch die richtige Methode ist, dann könnt ihr das überall anwenden. Weil das ist nachher in der Schule zum Beispiel interessant. Vokabellernen ist nichts anderes als hier dieses Text lernen. Oder auch Regeln auswendig lernen, Formeln in Mathe und sowas. Ist eigentlich prinzipiell das Gleiche. Wenn ihr einmal begriffen habt, was für ein Lerntyp ihr seid, wird euch das viel, viel leichter fallen. Und das ist quasi was, was wir fürs Leben lernen tatsächlich. Weil auch später im Studium, Ausbildung oder je nachdem, welchen Beruf ihr ergreift, muss man auch immer mal wieder einfach Informationen im Kopf haben. Und das geht einfach viel, viel leichter, wenn man so ein bisschen den Überblick darüber hat, wie das Ganze jetzt funktioniert. Also wie das für euch am besten funktioniert. Ja, soweit dann erstmal. Das ist meine kleine Lektion zum Textlernen. Beherzig das, experimentiert ein bisschen damit, was euch hilft und vernachlässigt, was euch nicht hilft. Und ich hoffe, ihr kriegt damit ein bisschen Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.